Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinen Neuzugängen aus dem November 2018. Ja, es gab ja einen Grund dafür, weswegen ich in den Neuzugängen, in den Neuerscheinungen für den Dezember gesagt habe, Mensch, ich muss mal so ein bisschen weniger Bücher shoppen, weniger Bücher toll finden und wenige Bücher auf meinen Substapel ungelesener Bücher packen. Unter anderem habe ich einfach im November gemerkt, ja, es sind 18 Bücher eingezogen. Das Gute daran ist, dass ich auch 18 Bücher gelesen habe und das ist jetzt, glaube ich, in der zweite oder dritte Monat, wo ich wirklich genauso viel lese, wie ich Bücher mir zulege, was ja gut ist, weil sich der Sub dadurch nicht aufbaut. Aber ich stehe kurz davor, in dem Moment, wo jetzt auch das Video gedreht wird, ja, unter die 100 von, ja, meinem Sub sozusagen zu landen. Und eigentlich ist mir der Sub total egal. Ich gucke da sehr, sehr selten auf eine Zahl. Aber ich habe jetzt zwei Mousseaus vom Sub geschmissen, weil ich den letzten Mousseau nicht gut fand, was ihr, glaube ich, noch nicht wisst, weil die Bücherwoche erst Samstag online kommt. Und ich habe auch einen, den Simmons, runtergeschmissen, weil ich denke, ich werde ihn wohl erst mal längere Zeit nicht lesen. Und jetzt komme ich so langsam, ja, der 100 von oben her und ich würde unglaublich gern mit einem zweistelligen Sub ins neue Jahr gehen und einfach mal, ja, Subbücher auch lesen, wenn man so möchte. Und, ja, dementsprechend habe ich mir ja für den Dezember vorgenommen, ein bisschen weniger Bücher, ja, mir zuzulegen, möchte aber euch natürlich jetzt trotzdem meine Novemberbücher zeigen. Da es hier ja auch zum Teil Rezensionsexemplare bei sind, steht irgendwo, dass es Werbung ist. Ihr kennt das, müssen wir jetzt alle irgendwie des Öfteren verlinken. Und, ja, von den 18 Büchern sind es tatsächlich nur vier echte Bücher geworden. Es sind elf E-Books geworden und drei Hörbücher. Bei den E-Books lag es definitiv dran, dass ich einige Self-Publisher-Bücher diesen Monat gekauft habe. Sonst wären es tatsächlich wahrscheinlich gar keine 18 geworden. Aber, ja, ich konnte nicht widerstehen und, ja, habe tatsächlich jetzt einen kleinen Bücherstapel nur neben mir. Aber wir fangen mit dem ersten Buch an, was ein Hörbuch war. Und zwar blende ich es euch auch mit ein. Und zwar auf ewig uns. Der dritte Teil der Timeschool-Reihe von Eva Völler ist bei mir diesmal als Hörbuch eingezogen. Ich habe dazu schon bereits ein Video gemacht. Ich glaube sogar ein Band von Buchreihen-Video. Falls ja, packe ich es unten in die Infobox. Und, ja, ich habe es diesmal gehört. Ich habe den ersten Teil als echtes Buch gelesen, den zweiten als E-Book, den dritten gehört. Und es war ein toller Abschluss einer Trilogie. Es hat mir viel Spaß gemacht, nochmal so in diese Zeiten-Zauber-Reihe hineinzutauchen und einfach zu sehen, ja, wie unsere beiden Protagonisten, ja, im Grunde so die Zeitreise in verschiedene Epochen, ja, im Grunde wie das so wird, wie das so von ihnen durchgeführt wird. Und, ja, wie natürlich auch die Geschichte, die ganze Story im Grunde irgendwie endet. Ich bin mir nicht sicher, ob die Geschichte tatsächlich von Eva Völler jetzt beendet ist oder ob ihr nicht doch noch irgendwie ein neuer Erzählstrang einfällt, den man dann so ein bisschen weiterspinnen kann. Wer weiß, wer weiß. Dann habe ich gelesen, nein, habe ich bekommen, Mortal Engines, Krieg der Städte von Philip Reeve. Tiefursprüche, ein Buch, glaube ich, aus Anfang der 2000er. Das ist als E-Book bei mir eingezogen, weil ich den Trailer zum Film gesehen habe, mitbekommen habe, dass es da ein Buch gibt und ich total angefixt vom Trailer war. Leider war ich vom Buch doch dann irgendwie enttäuscht, weil es dann doch, ja, sehr kindlich ist, also so auch wirklich für sehr junge Jugendliche und ich es dann doch eher banal fand, nachdem so die erste grandiose Idee, die mich so gepackt hat im Film, irgendwie normal wurde. Nichtsdestotrotz möchte ich mir den Kinofilm angucken und, ja, bin ganz froh, dass ich es gelesen habe. Es war jetzt kein totaler Flop oder sonstiges, es war ein Okay-Buch, aber, ja, fand ich ein bisschen schade, weil die Idee der Trailer, das echt schon cool ist, mit diesen Städten, die sich jagen und man hier im Grunde ja so eine Art, ja, Dystopie hat und es ist ja so eine Art Retro-Steampunk-Fantasy-Story. Man braucht für jede Fantasy irgendwie einen Überbegriff, aber, ja, fand ich gut, aber mehr leider auch nicht. Dann von Annalena Karnau ist, wenn ich nicht genug bin, eingezogen. Ein sehr ernstes Jugendbuch mit einem ernsten Thema und auch wirklich mit einer Geschichte, die unglaublich viel Tiefgang hat und Annalena Karnau hat mich hier wirklich begeistern können. Mich hat natürlich das Cover angesprochen, der Klappentext und ich mochte von Annalena Karnau im letzten Jahr sehr diese X-Reihe, diese Jugend-Zombie-Apokalypsen-Story, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Da habe ich die erste Staffel ja weggesuchtet und deswegen musste auch dieses Buch bei mir einziehen und ich habe es sehr, sehr genossen. Das erste Weihnachtsbuch des Jahres war dann das Weihnachtscafé von Manhattan von Catherine Gabera. Ein Buch, das mich einfach angesprochen hat vom Titel, vom Cover. Wir sind in Manhattan und ich mag Weihnachtsgeschichten in New York City, weil ich finde immer, dass, wenn man New York City im Winter sieht, zu Weihnachten sieht, das ist so das ganz, ganz typische Weihnachten, wie ich mir das vorstelle, so Schlittschullarfen vom Rockefeller Center und solche Dinge und deswegen ist dann im Grunde auch dieses Buch bei mir eingezogen und ich bin jetzt schon sehr erfreut darüber, das im Dezember auf jeden Fall noch zu lesen. Ich habe jetzt vier oder fünf Weihnachtsbücher auf dem Sub, die möchte ich jetzt lesen, ein, zwei Winterbücher. Ich denke, die werden dann im Januar drankommen und ich freue mich mega drauf. Ja, das nächste Weihnachtsbuch ist dann von Petra Schier, Vier Pfoten für ein Weihnachtswunder. Hier hat mich natürlich auch das Cover angefixt. Ich mochte den Hund, ich mag Tiergeschichten, wie er vielleicht auch in meinem, ja, ich glaube, das Buch habe ich auch vorgestellt bei meiner Leseliste für Weihnachten und ich habe auch Tiergeschichten jetzt am letzten Dienstag im Video hochgeladen, also vorgestern. Und, ja, Schwärme da ja so ein bisschen von Geschichten, wo Tiere eine Rolle spielen, einfach weil die mir doch tatsächlich sehr immer ans Herz gehen. Und ich kann mir eben vorstellen, dass wir hier, ja, durch diesen wunderbaren Hund eben auch eine ganz tolle Weihnachtswundergeschichte erleben. Und, ja, da musste natürlich dieses Buch bei mir einziehen. Dann ist von Michael E. Buchinger Lange Beine, kurze Lügen eingezogen. Ein Buch, das eigentlich ganz unerwartet bei mir vom Verlag sozusagen ankam. Ich bin ein sehr großer und langjähriger Fan von Michael E. Buchinger. Ich mag seinen sehr trockenen, sarkastisch, ironischen Humor. Ich kann da unglaublich mit ihm mitlachen. Besonders seine Hasslisten sind einfach großartig. Und er hat früher ja auch so Videos gedreht, wie wenn Facebook in Real Life oder wenn die Sims im echten Leben spielen würden. Und einfach großartig. Also, ja, auch das Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er erzählt uns eben von den Situationen, wo er lügt, warum er das tut, wie oft ihnen da schon irgendwas Blödes passiert ist. Und, ja, auch seinen Besuch einfach mal eine Woche nicht zu lügen. Hat mir gut gefallen, hat mich sehr unterhalten. Ich habe viel gelacht und habe es wirklich auch so an einem Nachmittag weggesuchtet. Habe da wirklich, ja, ganz viel Genuss dabei gehabt. Von Svenja Lassen ist geküsst und Tüll in... Nein, geküsst in Tüll und Gummistiefeln bei mir eingezogen. Ja, so die letzte Sommergeschichte wahrscheinlich für dieses Jahr, die uns an die Ostsee, glaube ich, führt. Und im Grunde auf einem Bauernpferdehof. Und, ja, wir hier im Grunde die Protagonistin haben, die auf dem Hof von ihrem Großvater lebt, seitdem ihre Eltern gestorben sind. Und ein schicker Stadttyp will jetzt diesen Hof im Grunde übernehmen. Und, ja, sie ist da natürlich nicht ganz so davon begeistert. Möchte sie ja eigentlich den Hof zu neuem Glanze führen. Und hat da eben auch die ein oder andere Idee. Es war eine sehr, sehr lustige und schöne Geschichte. Tolle, humorvolle Dialoge mit dem nötigen Ernst, die diese Geschichte auch einfach durch den etwas ernsteren Hintergrund braucht. Aber ich bin mit der Protagonistin nicht so richtig glücklich geworden. Das muss ich ganz klar auch sagen. Die war mir doch an mancher Stelle zu zickig und voreingenommen. Und wo ich dachte, Mensch, jetzt reiß dich doch mal zusammen und hör dir doch erstmal alles in Ruhe an. Aber, ja, wer Sommergeschichten mag, wer humorvolle Lebens-Liebensgeschichten mag, sagen, wer sich an die Ostsee verführen lassen wird, der ist hier absolut richtig, weil der Schreibstil wirklich toll war, hat mich gut unterhalten, habe ich wirklich so auch gefühlt, ich glaube, in zwei Schwupsen weggelesen und hat mir wirklich nochmal so ein Sommerfeeling beschert und hat mir wirklich gut gefallen. Mit Ausnahme der Protagonistin, die ich manchmal einfach wirklich nur schütteln wollte. Ja, das erste Buch des Monats war dann, ja, der neue Stephen King-Erhebung. Ja, eine kleine Novelle des Großmeisters des Horrors und der wunderbaren Geschichten. Als sonst sehr großer Stephen King-Fan, als Kingsianer, habe ich mich mega darauf gefreut. Muss aber sagen, dass ich schon ein bisschen, ja, enttäuscht bin, denn die Geschichte, dass hier eben ein Mann dünner wird, allerdings nur vom Gewicht, nicht vom Körperumfang, hätte irgendwie, hatte ich mir was ganz anderes vorgestellt. Im Grunde war es irgendwie eine kritische Sicht auf die Welt, auf Menschen, die in Städten wohnen, wo im Grunde auch Homosexuelle leben und die das nicht toll finden, also die Nicht-Homosexuellen sozusagen, dass da, ich glaube, ein lesbisches Pärchen wohnt. Ein Hund, der ständig in Vorgärten macht und, ja, unser Protagonist irgendwie, ja, halt dünner wird oder eigentlich an Gewicht abnimmt, nicht dünner wird. Und ich weiß nicht, was Stephen King mir mit der Geschichte sagen wollte. Also ich hatte keine Erhebung, auch keine Erleuchtung. Ich würde sagen, es war irgendwie okay, aber mehr war es halt irgendwie auch nicht. Und ich merke immer wieder mit Kurzgeschichten und auch Novellen von Stephen King, das wird irgendwie nix. Ich bin da immer wieder, wo ich denke, ach, es gibt immer mal eine, die ist ganz gut, dann gibt es aber auch wieder fünf, die ich irgendwie nicht gut finde, weswegen auch schon lange keinen Kurzgeschichtenband mehr von ihm gelesen habe. Ich finde, er kann es erst ab 600 Seiten. Ja, ich würde sagen, Minimum. Also, ja, schade, aber okay, das kann man eben manchmal einfach nicht ändern. Dann ist der dritte Teil von Giants bei mir eingezogen, die letzte Schlacht von Sylvain Neuvel. Und das war ein absoluter, ja, Top-Abschluss dieser Trilogie, wo wir diese große Roboterhand auf der Erde finden und mit Wissenschaftlern und Physikern überlegen, wo kommt diese Hand her, wem gehört diese Hand, kommen die wieder, was passiert dann und warum haben sie die auf der Erde gelassen? Wirklich großartig erzählt, grandioser Schreibstil, Wahnsinnsidee, innovativ, packend, spannend, tiefgründig und es hat mich wirklich total begeistert während der Geschichte und auch danach zurückgelassen. Eine Trilogie, die ich allen Science-Fiction-Fans absolut ans Herz legen kann und wirklich, ja, es ist halt ein dritter Teil, deswegen musste er her, weil ich auch die ersten beiden schon grandios fand und, ja, ich auch hier wirklich absolut angetan bin. Dann kommen, glaube ich, schon zwei, ja, zwei Bücher von Self-Publishern, ähnlich wie es auch Annalena Kanao ist. Einmal ist Morgans Hall, der erste Band von Emilia Flint bei mir eingezogen. Auf das bin ich so aufmerksam geworden. Ja, ist, glaube ich, das Cover auch von Laura Newman. Dann liest man natürlich den Klappentext, dann hat man vielleicht auch schon die Autorin immer mal ein bisschen gefolgt und dann fand ich den Klappentext trotz des geschichtlichen Hintergrunds, das ist so ein bisschen, was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat. Das hat mich so viel im Moment, ha, aber ich glaube tatsächlich, dass mir diese Geschichte trotz dieses Schwerpunkts gefallen kann, denn dahinter ist eben auch eine Lebens-Liebes-Geschichte und es ist einfach, es klingt einfach schön. Trotz des Zweiten Weltkriegs kann ich mir einfach vorstellen, dass das eine tolle Geschichte wird und ich finde auch das Cover so toll und zum Startpreis von einem Euro konnte ich da nicht nein sagen. Möchte ich theoretisch eigentlich noch im Dezember lesen, mal gucken, ob ich es unterbekomme. Und dann ist eingezogen von Franziska Erhardt diese Sache mit Paris. Ein überraschendes Highlight in diesem Monat, von dem ich, glaube ich, auch erst am Samstag berichten werde, also guckt euch die Bücherwoche an. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, mich hat der Klappentext total angesprochen. Nein, das Cover total angesprochen. Und dann haben wir hier eben ein Model von einer Casting-Agentur, die im Grunde die Freundin spielen soll eines Fußballstars. Und das ist ja meine Fantasie, die ich verfolge, dass Cristiano Ronaldo irgendwann mal eine deutsche Freundin braucht, warum auch immer, weil er bei Bayern München spielt und sich dann eine deutsche Freundin sucht und ich mich dann irgendwie anbiete, weil, wäre ich nicht eine tolle Freundin von Cristiano Ronaldo? Ja, ich glaube, sie hat dünnes Eis. Ja, aber das hat mich total angesprochen und es hat sich wirklich ganz wunderbar lesen lassen und ich habe da einfach eine locker, locker, leichte Liebesgeschichte erwartet und die habe ich bekommen. Und natürlich weiß man grob, wo das Ende hingeht, aber der Weg ist hier natürlich das Ziel und der hat mir unglaublich gut gefallen. Also, ja, hat mich wirklich überrascht, das mich da so gepackt hat und begeistert hat und, ja, wer hätte es erwartet. Von einigen Instagramern, YouTubern, Bloggern, ja, eher Instagramern, wurde ich angefixt von die Unsterblichen von Klo Benjamin. Das habe ich mir dann als Hörbuch von meinem Audible-Abo geholt und habe ich noch nicht gehört, habe es aber, ja, jetzt natürlich schon in der Bibliothek, eine Geschichte, die mit verschiedenen, ja, Varianten des Lebens spielt. Es soll doch relativ traurig sein, so ein bisschen Dramatik mit drin haben, denn es geht hier darum, dass Geschwister erfahren, wann ihr Sterbedatum ist und man dann eben die Kinder zu jugendlichen Erwachsenen verfolgt, wie sie ihr Leben leben, um herauszufinden, welches Leben ist wirklich lebenswert. Und Phil hat es wohl verglichen mit ein wenig Leben, was er jetzt so gefühlt nicht meins ist, weil ich diese Überdramatik sehr, sehr selten mag und ich mir denke, ha, das Leben ist manchmal schon schwer genug, muss man das im Grunde noch schlimmer machen und darum eine Geschichte binden. Aber, ja, irgendwie hat es mich angesprochen und ich habe eben auch schon bei drei, vier Instagrammern, Bookstagrammern ein bisschen was dazu gehört, zu ihren Meinungen und ich war irgendwie so angefixt, dass das bei mir eingezogen ist und ich freue mich sehr, es dann auch zu hören. Ja, dann noch ein Self-Publisher-Buch und zwar Schneesturmküsse verliebt in Silver Creek von Alan McCoy. Hinter Alan McCoy steckt Elvira Zeissler, das ist ein offenes Pseudonym. Unter diesem Pseudonym schreibt sie in der Regel Liebesgeschichten und sowas erwarte ich auch einfach hier. Ich habe, nach der Leipziger Buchmesse, habe ich Elvira Zeissler kennengelernt und habe danach auch den Auftakt ihrer Reihe, das da irgendwo Richtung kanadische Grenze spielt, gelesen. Namen schon wieder vergessen, das ist schlimm bei mir. Aber ja, deswegen freue ich mich jetzt sehr auf diese Geschichte, klingt halt auch wirklich nach einer tollen weihnachtlichen, winterlichen Geschichte und wird auf jeden Fall im Dezember noch gelesen. Und dann habe ich gehört von Michelle Schrenk Becoming, das ist im Grunde ihre, ja, Autobiografie, die sie im Englischen ja selbst spricht. Im Deutschen hatte sie eine sehr angenehme Stimme. Ein Hörbuch, das mich einfach angesprochen hat, weil ich Michelle Obama, habe ich das so gesagt? Ja, ich glaube schon, war ich Michelle Obama, immer sehr authentisch fand, sehr inspirierend, sehr, ja, so ein bisschen so eine ganz, ja, charismatische Ausstrahlung hat und ich ihre Interviews oder wenn man Dokumentationen irgendwie über sie sieht, immer spannend fand und ich dachte, Mensch, wenn sie jetzt im Grunde so von ganz Beginn ihres Lebens bis zu jetzt eben was erzählt, das hat mich interessiert. Leider konnte es mich nicht wirklich begeistern, das muss ich ganz klar sagen, ich habe es auch abgebrochen, weil ich die Art, wie sie von ihrem Leben erzählt, das fand ich irgendwann sehr wiederholend, langatmig und auch ein bisschen drüber. Ich weiß auch nicht, ich weiß, viele finden das toll, mich konnte es irgendwie tatsächlich nicht so begeistern, was mir auch so ein bisschen, ja, leid tat, aber hatte ich jetzt Michelle Schrenk gesagt? Nein, schon Michelle Obama, oder? Ich überlege gerade, ich weiß es gerade nicht, also es ist natürlich die Biografie von Michelle Obama, wie kam ich denn jetzt da wieder hin? Ach, das ist manchmal nicht so einfach. Ja, dann wurde mir vom Goldman Verlag Two Rules for Life zugeschickt von Jordan Peterson, Ordnung und Struktur in einer chaotischen Welt, dieses Buch verändert ihr Leben. Und das wird jetzt, glaube ich, kein Buch mehr für das alte Jahr, sondern wirklich eher für das neue Jahr und ich bin mega gespannt darauf. Ich habe das in irgendeiner meiner Mind-Magazine gesehen und war total angefixt von diesem Buch, denn es geht hier wirklich um die moderne Welt, wie wir darin überleben können und es ist wohl eines der umstrittesten und zugleich anregendsten Intellektuellen der Gegenwart, der Autor und dann Werdet endlich erwachsen ist die Botschaft dieses Rockstar-Psychologen ein kompromissloses Lebenshilfe-Handbuch. Und das klang einfach so cool, spannend, mal nach was anderem und es ist wohl auch innen nach Themen gegliedert, angefangen von Steh aufrecht und mach die Schultern breit, lass nicht zu, dass deine Kinder etwas tun, dass sie dir unsympathisch macht, sei präzise in deiner Ausdrucksweise, läuft dir eine Katze über den Weg, dann streichle sie, ich bin mega gespannt darauf und ich möchte, dass es mein Leben verändert und diesen Anspruch habe ich an dieses Buch und bin mega gespannt, wie mir das gefallen wird. Werde ich wahrscheinlich nicht so in einem weglesen, das mache ich sehr selten bei Sachbüchern, aber das wird mich dann ein, zwei Wochen begleiten und ich bin total gespannt drauf und freue mich sehr darauf, dass das dann am Ende mein Leben verändert. Noch drei Bücher fehlen und ja, das Buch hier habe ich ertauscht und zwar ist das Haus-Sitter von Andreas Winkelmann und zwar habe ich das getauscht mit Suse. Suse ist auch eine Booktuberin und wir haben uns unter einem Hangout irgendwie ausgetauscht, da ging es um die Bücher von Markus Heitz, um die Doors-Reihe und da haben drei andere Booktuber über den jeweiligen Teil, den sie gelesen haben, gesprochen und wir haben uns darüber irgendwie ausgetauscht und ich habe ja auch ein The Doors-Buch hier gehabt, ich habe schon wieder verdrängt, welches es war, das, was ins Mittelalter gegangen ist, Blutfeld und wir haben uns dann irgendwie im Chat ein bisschen unterhalten und da hat sie gesagt, da habe ich gesagt, Mensch, wenn du es lesen willst, vielleicht irgendwie möchtest du meine Ausgabe haben und wir haben uns dann über Instagram unterhalten und da hat sie gesagt, Mensch, wollen wir nicht irgendwie was tauschen, sie hätte das Buch zum Beispiel jetzt doppelt, ob ich Thriller lese und der Klappentext von Haussitter klang wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Es geht hier um einen Mann, der zusammen mit seiner Freundin aus dem Urlaub zurückkommt und du merkst, dass in deinem Haus etwas anders ist und dass die Möbel verrückt sind, die Handtücher riechen fremd und ja, dann spürst du einen jählen Schmerz und es wird Nacht um dich und als du aufwarst im Krankenhaus aus dem Koma, ja, merkst du, dass deine Freundin entführt wurde und ja, da draußen ist eben jemand, der sich nach einem warmen Heim sehnt, nach einer liebenden Frau, nach deinem Leben und er ist zu allem entschlossen. Und das klingt schon wirklich sehr tiefatmend, wo man wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen weitere Jahre danach braucht, was man wohl nicht nachts lesen sollte und ich bin mega gespannt. Ich habe noch nichts von Andreas Winkelmann gelesen, es ist aber, glaube ich, tatsächlich nicht sein erstes Buch oder sonstiges, sondern er hat schon einige Bücher geschrieben, soweit ich das gesehen habe, die Zucht, Killgame, Wassermannszorn, der Gesang des Blutes, Diesburg, also es ist nicht ein, also theoretisch kein unbekannter Autor, mir leider schon, aber das ändern wir mit diesem Buch und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass der Heiz jetzt sozusagen in guten Händen gekommen ist und in meinen Händen jetzt auch hoffentlich ein guter Thriller angekommen ist und bin total gespannt und danke dir, liebe Suse, auch nochmal auf diesem Weg für den netten Tausch und den netten Kontakt. Ja, dann das letzte, nein, das vorletzte Weihnachtsbuch in diesem Monat, was auch das vorletzte Buch ist, ist Mollys Weihnachtswunder von Melissa DeLay. Das ist der zweite Teil theoretisch zu Sampfötchen auf, ich habe den Titel schon wieder vergessen, ich bin wirklich verkalkt. Ja, es wird immer schlimmer. Glücksbringer auf Sampfoten war das erste Buch von der Autorin, was auch die Vorgeschichte zu Molly ist. Ich könnte mir vorstellen, dass man das Buch auch lesen kann, ohne die Vorgeschichte zu kennen, denn es geht hier um eine Katze, die ein neues Zuhause gefunden hat, dort jetzt ihre Babys zur Welt bringt und auf einmal taucht die Freundin der Besitzerin des Cafés auf mit einem Und und es wird alles, ja, chaotisch und Molly wartet jetzt hier auf ein Weihnachtswunder. Das Besondere am ersten Teil war auch einfach, dass die Geschichte aus der Sicht der Katze geschrieben wurde, was gar nicht so kitschig war, wie sie es erstmal anhört und ich mich mega jetzt auf den zweiten Teil freu, gehörte. Auch jetzt zu den Weihnachtsbüchern, die ich auf meiner Liste habe, lese ich jetzt in dieser Woche, also ich denke mal in der nächsten Bücherwoche, in der Woche, kann ich euch dann dazu ein bisschen was erzählen. Ich freue mich sehr auf dieses Weihnachtsbuch und hoffe, dass mich das, ja, weiter in wunderbare Weihnachtsstimmung bringt und, ja, freue mich einfach drauf. Und das letzte Buch des Monats ist dann auch das letzte Weihnachtsbuch, was vermutlich bei mir auch einziehen wird und zwar das Weihnachtswunder von Angelika Schwarzhube, auch eine Autorin, die mir vom Namen gar nichts sagt. Auch hier haben wir wieder ein Wunder. Man hat so das Gefühl, dass die Wunder zur Weihnachtszeit immer groß werden und, ja, mich hat hier total das Cover angesprochen und auch die Story und, ja, einfach wieder Weihnachten. Also das waren zusammen mit Molly, waren das wirklich, mit Molly waren das diese beiden Bücher, die ich auch das ziemlich zum ersten Mal dann auch in der Thalia gesehen hatte und dann schon dachte, Mensch, diese Bücher, da kannst du dir vorstellen, dass die bei dir einziehen werden dieses Jahr zum Lesen und es sind ja insgesamt, glaube ich, jetzt fünf oder sechs Winterweihnachtsbücher und das schafft man ja ganz gut, so in drei, vier Wochen die zu lesen, weil theoretisch ist es jetzt gar nicht mehr so lange nach zu Weihnachten. Ich bin da auch jemand, der noch eine Weihnachtsgeschichte locker in ein, zwei Wochen nach Weihnachten lesen kann, aber danach ist mir dann tatsächlich auch nicht mehr so nach Weihnachtsbuch, aber, ja, das Weihnachtswunder klingt auf jeden Fall auch ganz, ganz toll und ich freue mich sehr auf die Weihnachtsbücher in diesem Jahr. Ja, und das waren sie nun, die 18 Neuzugänge aus dem Monat. Es ist doch eine ganze Menge zusammengekommen, aber man merkt jetzt schon, dass doch schon einiges gelesen ist, was mich immer einfach sehr freut, weil das eben einfach zeigt, dass das schon alles so ein bisschen im Flow ist, also sowohl die Neuzugänge wie das, was man liest, zu den Büchern, die man eben schon ein bisschen länger da hat, dass das alles so ein bisschen im Flow ist, wie man so schön sagt und, ja, das gefällt mir persönlich einfach sehr, sehr gut. Und das war es jetzt auch schon mit diesem Video von mir. Vielleicht ist ja eins der Bücher auch bei euch eingezogen, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Vielleicht habt ihr ja auch schon eins der Bücher gelesen und wollt jetzt schwärmen, dann auch ab damit in die Kommentare. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und, ja, das war es diesmal auch schon. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.